Wir sind da mit Ey Nick, Nick Nick! Wenn du doch nochmal frem zur Folge aber mal war doch im Fallout hopeful Niiiiikk ... mit Nicole und something Nic! Grareh DV�� Warum mit ja reden? Wenn dich pro Land Klass im Sand Durch die Platte auf der Ferse Du kannst du ja auch ReCloard nehmen Ja du kannst sogar ReCloard, ein ReCloard Ach ... da liegt ja influencers sicher ja das ist wie klostone nur durchsichtig wie klostein hat das ist ja wirklich du kannst aber durch platzen dann nein klostein kann ich durchhoben ist einfach nur ja aber das entleidet das leuchten ist klares glas ich bin mal im deep dark angekommen ohne fackeln ohne waffe oder es ist das kann man eigentlich ihren tippt abmachen und was also bis jetzt habe ich nur koppelstern irgendwie nicht weil alles hat normalen stein und ich vermute alles was ernst ist in koppelstern bei kummer genau so sieht das aus kommen wir rüber und kommen rüber junger im deep dark ich gehe jetzt nicht im deep dark ich bin am bauern ach voller kannst du nicht runter bauern passt aber auch wo du dich runter baust also ich gebe dir den tipp geh ins deep dark erst wenn du wieder fliegen kannst ja das auch stimmt die frage ist immer warum wollen wir uns einen jetpack machen wenn wir auch irgendwann eine supreme rüstung haben weil die supreme rüstung damals ja wie weit ist denn die noch entfernt von uns also für mich nicht mehr lange ich weiß nicht wie es bei euch ausschauen wie für dich ich habe eine supreme rüstung prägerung ich kriege irgendwo her schaden ich habe schon eine blaue rüstung nein ich habe keinen hunger mein hunger balken ist komplett voll kriegt man in der dunkelheit ja nein ich habe jetzt nur ein herz ich weiß was die sache ist ich habe mich ewig lang in eine richtung gebaut denn so ich kriege ja schaden habe ich rumgedritten die zurücktreiben gute fakten schule ja weißt du wo ich gespawnt bin über dem deep dark portal das problem ist auf dem berg ganz oben nice also halt wirklich ganz oben ja ist ja nicht schlimm ja das war uns aber ein höchster beim nächsten punkt darüber wäre normaler stein gewesen nein am höchsten punkt am höchsten am höchsten punkt über dem portal ey das wäre richtig geil der könig ein richtig fettes einen richtig fetten weg nach ganz weit oben bauen das passiert glaube ich nur wenn das portal nicht die gräten sparen groß genug ist wenn ich mir hier vom portal großgeber sparen boah dann baue ich mir so ein klebchen bis zur höchsten baustelle die geht ne dann drei blöcke nach unten und dann gehe ich ins deep dark kommen wieder zurück und bin ganz oben und runterkommen ist halt ein sterben oder zu der show warte mal was wird aus koppelstunden das welt und sich die blöcke die vieles mit groß kannst du damit auch erstellen was weil ich packe jetzt mal ganz viel koppelstunden komm mal runter sieht voll hässlich aus wie sieht voll hässlich aus ja das ganze koppelstunden jetzt trinken ne ich weiß hier oben hab ich es auch schon gesiegelst sieht halt voll scheiße aus wie viel koppelstunden hast du jetzt reingepackt voll wie er nehmt da hatte ich habe immer auf 4 5 6 das sieht eigentlich richtig scheiße aus also gold wäre mir der lieber der raum an sich sieht doch gar nicht so scheiße aus oder ja es fehlt halt nur so ein paar liegen und an sich fehlt es nur die ganze deko ja und eins noch abgerundete ecken ja das ist das kommt noch ja schon komm mal ist es fertig geschmolzen jetzt wahrscheinlich so gleich zu einer Probe das sieht halt noch hässlich aus weißt du wie tief das jetzt ist also weißt du wie tief das Zeug jetzt ist also jetzt glaube ich noch zwei ganze blöcke das ist voll war viel spaß hat er wer abzupumpen ich mach das nicht ich krieg das hin ich krieg das hin alter user tun dass sie macht sich in jetzt von 3.000 Junge ich glaube ich habe mich vertrauen das sind 3.000 ja ich glaube aber 3.000 war die grenze deswegen so heißt das ist das weil meine sind nämlich nur 4x4 und ist halt nur halb so hoch und der 3x10 hat 1.300 ja ja boah du hast wirklich genau passend gebaut dass du genau 3.000 rauskommst steht schon krass an der 3.000 ah weil unten sitzt so ein ganz kleiner Streifen jetzt drin oder ok ok und er wird kleiner sind ja nicht mehr viele blöcke die hier raus holen muss weil das ich musste man kann das voll machen mit irgendwas äh mit außen sowas ich habe gerade komplett vollgepackt mit nein ich meine flüssig ist doch nicht mal die ich habe ich nicht dazu ich habe eine idee ich habe eine idee eigentlich muss ich mich ja nur so hin stellen scheiß funktionieren nicht mal nur hey du musst auch raus laufen lassen da das aber nur die flüssigkeit auch und du hast zweimal drauf gedrückt ja ach so weil da kann ich grad stimmt ich kann stoppen nice geil sind ja nur 83 Bürger ja die meister geht jeder einfach hin und packt hier hinten die ganzen auch alles solche bei mir zu und strubber über clocks warte warte ich mach das mit der hand und mach ich habe ja noch bis 22 Uhr Zeit ja aber bis 22 Uhr wäre ich dir noch sehr dankbar wenn du mir so ein Energiespeichel nach unten stellen kannst du es nerven eigentlich immer nach oben zu rennen hast du hier drüben schon noch keine trichter drunter oder nein nein noch gar nichts ich habe es ja einfach nur erst mal hingestellt ich will nur mal ich mache die sachen grund ich mache sie grundlegend fertig und der ganze rest ist eure auftab ja ich war nur mal schnell trichter drunter sind wenn du in eine kiste gehst ja du äh fuck wie hieß trichter englisch oh mein gehirn ist so leer f Michelin oh die nicht nicht Confisal Answer alles muss man herstellen noch nicht mal redstone torches sind drin wenn es die ressourcen hätten wir aber kein das ist aber unnötig den ganzen noch nicht mal sticks haben wir da das holz wird auch das ist langsam echt so ein bisschen armselig ja die ganzen ressourcen dafür die ganzen essenz und so haben wir alles da also jetzt bei den holz das land hat nicht automatisch und ich denke du kannst halt so viele sachen machen alle holzsachen machen und ich bin alles in kräftem ist auch nicht so gut gesehen schon da ein orientieren kann sie das nehmen was soll Soll ich jetzt mal alle Ecken abrunden, die wir so überall finden? Du Lust drauf? Scheiße. Also wenn es darum geht, dass ich darauf Lust habe, dann mach ich das nicht. Okay. Aber wenn es darum geht, dass es gut ausschaut, dann würde ich halt sogar machen. Nein. Nein, doch. Nee, ich soll halt einfach gut ausschauen. Wir haben jetzt das Zeug dazu, dass es gut aussehen muss, weil wir halt genug Ressourcen haben. Ja, es ist das und ich mein, das Projekt besteht auch ein bisschen daraus, oder? Ja. Weil in ganz normalen Liter nervt mich halt einfach immer, dass ich halt die Ressourcen dafür nicht habe, um große Sachen zu bauen. Und hier habe ich gefühlt zu viele Ressourcen, dass ich gar nicht zum Bauen komme, weil ich schnell nicht meine Speicherarbeit haben muss, weil ich gar keinen Dach mit die Ressourcen habe. Ja, stimmt. Ja. 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 Ich habe mich heute Mittag hergestellt. Der ganze Rest gab es halt das noch nicht. Ich hatte jetzt aber keinen Bock darauf. Ich habe mal zwei Inge-Kost gemacht... Äh... ...gefunden. Ja. Damit die C-Rex automatisch rausgesaugt werden können. Nein! Hä? who the fuck okay das muss so ich bin ja dafür dass wir irgendwie hingehen und irgendetwas das richtig cool ausschaut in die smeltery reinpacken und dir einfach das deco da stehen lassen was hältst du von gold? was hältst du von gold instant? kann man machen wir haben ja gelogen nee Spaß ich meine die smeltery was sollen wir die ganze zeit denn da benutzen wir nehmen koscher und dann haben wir genau dasselbe oh um es nur cars zu machen no ja und das ganze mal ins emi system anschließen also ob wir jetzt halt den crusher benutzen und dann in elos mit reinschmeißen ob wir jetzt die ganze zeit die smeltery benutzen die man nach alldurch umständen sicher ist nein 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 du hast gerade runter gesprungen ich hab gesprungen nicht aber gefallen also ich kann einfach runtersprungen und du? ich konnte es eigentlich auch mal warum mal? also weil meine boots kaputt gegangen sind die ich dafür hatte ja ja aber guck mal das ist geil das ist fett mein ganzes eventar mein ganzes eventar ist genauso sortiert wie eben nein das ist gut war das vorhin sortiert oder? nein sieht eins zu eins genauso aus keine ordnung aber ich könnte es ja jetzt einfach mal ausrollen wir haben ja jetzt genug oh äh wo ist ja da wollte ich nicht eine Stunde das war das mal wie ich folgen geschaut haben wollte hier ist nirgendwo hier steht der wei ja kann es sein vielleicht dass der das ist kabel nicht mehr genug ja das hat nicht mehr genug channel ja stimmt weil ich jetzt hier vorne an der kiste nicht auch noch im potwasser das hat nämlich nur drei super jetzt habe ich ein loch in der wand ach man gut super aber das ging ja schnell einfach einfach wieder zu flicks ja ich komme hier nach oben bin da untergefahren worden was hast du eigentlich dass du da runterfällen kannst äh die rüstung das will ich nochmal sehen ich habe es nicht gesehen ich habe es nicht gesehen mach es noch mal jetzt halt wirklich was weißt du wie ich vorhin gelaufen bin ich wollte hier hinten gucken habe geguckt und habe mir dann so gedacht so ja eigentlich wollte ich unten das kabel das sollte kein haken kreuz ins kreiber werden oder ja ist nämlich schon fast nah dran ist fehl nur zwei ja ach oh du ne komm mal kurz vorbei das ist schlimmer als meine schaltung das ist ja wie alter baum mal um das ist so alles ne das mache ich jetzt nicht was denn ey hast du die schalte mal angeschaut also ist nicht mehr viel komm hau mich ich warte nur dran hau mich tu es schade achso es war feife hau mich tu es komm hau mich scheiße ich habe noch fast stehen dass er hätte doof ausgehen können komm auch nicht ich komme mich weg Schreckes Arsch Komm, hau mich nochmal Komm, tu es Du willst es doch auch Was sah in your eyes? Du musst dich mal um etwas kümmern, wir haben kein Silber Ach nö Und doch Aber nicht farmen, oder? Ne, wir brauchen aber irgendwie Silber Und ich geh schon mal Ich gucke mich jetzt frei, warum Dö, 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 dö Dö, dö, dö Einfach mal da Das Silber kann haben wir es nicht genug War eigentlich Luca nur noch nähtern hat Du willst das Gelben, ist geilsgestrahnt Glaub' noch nicht Also er war gestern auf jeden Fall im Nähter Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht Ich hab' der wollte, hat's aber nicht gekraft Weil ich hab' die Koordinate von meiner Festung hingegeben und hab' nur dir es halt Ein etwas weit und fernter Weg gerissen Ist halt Nur in der Festung, oder wo? Die Skelette? Ja Du kannst ja auch normal treffen, aber Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering Die Sache ist Ich hätte sogar genug Supremium, um mir ne scheiß Rüstung daraus zu machen Ja, und warum hast du die Supremium noch? Was? Und warum hast du halt du die Supremium noch? Ja, ihr könnt's ruhig mitverwenden Nur aktuell ist es halt so ne Passiv-Farm Ist halt einfach nur, äh, warten Die ist ja unten auch Ja, er kraftet's ja auch automatisch hoch Ja, nö Meine wird halt, meine wird halt quasi nie voll Ja, wir benutzen halt unsere ja für, äh, auch für Seeds und alles Und deswegen können wir die Strait hochwerfen Ja, das tut meine halt gar nicht Da sind zwei Gartenclosch dran Und, äh, der Rest dauert halt Wobei, die zwei Garten... Ja Ich hab' die Koordinaten von dem nächsten, äh, von der nächsten Festung Warte, 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 warte Also ich kann ja nicht die Koordinaten von der nächsten Festung gehen Ich kann ja nur eine geben von 4.000 Blöcke mit Handeln Ja, mach, ja, mach Aber da wollte eigentlich Luca hin, aber da kann ich nie Antworten Ja, es ist Luca, es dauert noch ein paar Ne, ich bin über 2.000 Blöcke großen Lavasee geflogen Ja, das ist kein Problem We use, äh, Fly Slash Fly Ja, da fehlt euch die Rechte, glaub ich, für Hack4Win So, Nick, machst du jetzt Ja, warte, ich will meine Treppe fertig machen, jetzt noch fix Und dann werde ich die Folge verändern, dann gebe ich dir die Koordinaten noch Ach lol, die Folge läuft noch Ja, deswegen werde ich mit meiner Treppe noch fertig vor Wenn ich fertig bin Ah Was sagen, du brauchst die Folge, dann bis zum nächsten Tschau! 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 Tschau!